Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das findet, wenn ich das so ein bisschen mit Shader spiele, weil an sich, ähm, finde ich Shader gar nicht mal so schlecht, für Bad Wars jetzt zumindest. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars. Und zwar spielen wir jetzt, glaube ich, auf einer ganz neuen Map und zwar heißt diese Outpost, äh, ja, da steht, du hast auf dieser Map noch gar keinen Rekord. Ja, es kam nämlich 5 neue, ähm, 2x4 Maps raus und da dachte ich mir gleich mal, ja komm dann, äh, hier, machen wir gleich mal schön weiter. Und, ähm, ihr werdet euch jetzt wundern, warum ich da jetzt manchmal so komisch abbaue, aber hier gibt es irgendwie so einen Trick. Ihr seht das schon, dass man damit irgendwie schneller bauen kann, meiner Meinung nach. Wenn man, äh, so ein bisschen mit beiden drückt. Ich, ich kenne mich da selber noch nicht so gut aus. Ich habe das jetzt schon öfters mal gesehen. Ich möchte nämlich auch versuchen, vielleicht mal so ein bisschen zu igeln oder sowas. Äh, bin da natürlich nicht so der Profi drin, ne. Also ich, äh, kenne mich da jetzt nicht so gut aus, was, was man da jetzt genau machen muss für, äh, damit man nicht unbedingt sofort runterfällt und sowas. Also, ähm, es ist schon wirklich ziemlich funny. Aha, ist das jetzt neu? Lol, Leute. Sag mir mal, ist das neu? Das habe ich ja noch nie gesehen. Äh, dass man so diese Vorschau hat, wenn man, wenn man jetzt so drauf geht. Ach so, doch, doch, jetzt. Hat nur irgendwie, ja, das backt rum. Das ist irgendwie so, äh, transparent oder so. Naja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal rüber. Rüber, rüber, rüber. Denn die anderen scheinen noch nicht sehr viel zu haben. Beziehungsweise sie haben, glaube ich, jetzt noch gar nichts. Ähm, Gold gibt's nicht. Und ja. So, aber auf jeden Fall, Fast Bridgen kann ich nicht für die Leute, die das jetzt vielleicht erwartet haben. Nein, äh, ich mache nur das gleiche wie zum Beispiel bei Blockhitten auch. Und zwar, äh, ich drücke auf beide Tasten gleichzeitig. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Hier, die bauen auf jeden Fall das Bett schon sehr fleißig ein hier. Äh, meine Teamkameraden kommen auch schon. Das finde ich sehr gut. So, wir bauen uns jetzt mal hier rüber. Oh, oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay, er baut sich jetzt auch schon hoch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, weil ich glaube, dass die Leute da oben nicht, äh, sonderlich viel Stuff haben, wenn ich ehrlich bin. Okay, so, ich baue mich da jetzt rüber. Ja, er baut sich noch höher. Ja, gut, das ist seine Entscheidung, ne. Aber im Prinzip, es hilft ihm ja nicht sehr viel. Nice. Den haben wir. Und den haben wir auch. So, und wo ist der letzte hier? Wo ist der letzte? Hier muss er noch irgendwo ein Lümmel stecken. Irgendwo hier. Ach, hier, ah, hier sneakt er, siehste. Und weg mit dir. Tschüss. GG. Alter Schwede, das war jetzt ja eine richtig krass schnelle Runde. Ey, also ohne Witz. Die ging jetzt richtig, richtig schnell und flott. Ähm, aber Leute, wir wollen natürlich nicht nur so eine klitzekleine Mini-Runde haben. Ich würde sagen, wir hängen jetzt einfach noch eine Runde hinten dran. Und, äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so, Leute, und da sind wir jetzt auch schon in der nächsten Runde. Ihr könnt mir ja mal sagen, wer das findet, wenn ich das so ein bisschen mit Shader spiele. Weil, an sich, ähm, finde ich Shader gar nicht mal so schlecht. Für Bad Wars jetzt zumindest. Ähm, ich hab hier den Mr. Meeps Shader Version 05 Light. Ähm, natürlich gibt es jetzt wieder Leute, die sagen, mi, 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 Shader scheiße. Dann gibt es Leute, die Shader feiern. Dann schreibt mir einfach mal eure Meinung rein, ob ihr jetzt Shader Kacke findet oder nicht. Ähm, dann kann ich das nächstes Mal natürlich abändern. Oder so, mal schauen, je nachdem, was ihr halt dazu sagt. So, zack. Oh, jetzt hab ich mir zwei gekauft. Ja, da hab ich genau in dem Moment was bekommen hier. Ähm, ich werd mir jetzt keinen Bogen kaufen, weil ich möchte instant drüber gehen zu den Leuten. Weil ich hab gesehen, das ist einfach die, mit die beste Taktik, wenn man einfach sofort komplett drüber geht. Das Bett abbaut und dann, dann läuft das. So. Hoffe ich einfach mal, dass wir schnell drüben sind. Weil die anderen scheinen noch so ein bisschen langsamer zu sein als wir. Äh, drei Leute leben auch nur noch von Blau. Das ist nicht so gut, wenn dann da die Leute leften. Das find ich ehrlich gesagt. Das feiere ich nicht so. So. Okay, er wartet schon, aber ich hab genug. Das ist aber trotzdem sehr, sehr nett von ihm. Dass er mir hier helfen möchte. So. 25, 24. Ja, ich hab, ich denke, ich hab einfach genug Blöcke. So, mein Teampartner könnte jetzt dann langsam mal schauen, wann wir denn ankommen. Weil, ich hab gesehen, wir sind gar nicht so weit weg von, äh, der Mitte. Oh, oh, oh. Oh, okay, sie haben schon ein bisschen Ausrüstung, ne? Also man muss hier schon echt ein bisschen Acht geben. Den hab ich down, nice. Das machen wir auch. Zack, 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 zack. Zack. Und schon wieder gewonnen. Alter, Leute, was waren das jetzt für Rush-Runden, bitteschön? Also, wirklich, ohne Witz, Leute. Das waren jetzt zwei richtig krasse Rush-Runden. Ähm, die hat jetzt zwei Minuten gedauert. Und die letzte hat irgendwie drei oder vier Minuten gedauert oder so. Richtig schnell. Äh, ja. Ich würd sagen, Leute, das war's von dieser Folge Badwurst. Wenn ihr mehr solche Rush-Runden wollt, dann, ähm, gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Und schreibt es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Haut rein, lasst eine positive Bewertung da, wenn's euch gefallen hat. Und ciao. Oh, tschüss. Oh, tschüss.